So, wir kommen zum dritten Teil der Erkundungstour von Patch 0.57. Wir haben in Polizobo aufgehört und verlassen Polizobo jetzt und laufen jetzt mal so ganz gemächlich Richtung Zapp Uble und laufen zwischendrin auch die LKW-Spots ab. Was für eine Uhrzeit muss da stehen eigentlich? So, wir haben jetzt einen Schock dabei. Und du warst jetzt in Czerno oder wo? Also ich bin ja schon nach Czerno gekommen, ich bin auch ganz weit außen in Czerno. Ich weiß nicht, kennst du die Baustelle von Czerno da außen? Ja. Ja, ich bin da gerade da. Hat die Häuser vorne dran noch. Ja, ich bin da dran. Nee, Hans. Der legt die Waffe jetzt aus der Hand und springt über den Zaun. Vielleicht war die Waffe eben zu schwer. Kann der mich verarschen? Kann er doch nicht machen. Ja, dann bleib ich das bestimmt total ernst. Wie, ich kann die Waffe ohne mehr aufheben, hab ich gesagt. Hallo? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich wieder ab. Ja, bei mir läuft es doch. Kann auch Waffen wechseln. Also ich kann gar nichts mehr machen. Aber ich kann auch Waffen wechseln. Nee, mir geht dort gar nichts. Die haben auch das weggemacht, was für einen D-Sync du hast. Ja, das hat mir auch aufgefallen. Für mich auch. Das ist scheiße. Also mich interessiert das schon. Ja, das finde ich das auch scheiße. Ich glaube, die denken nicht einfach, wenn die irgendwas machen. Die machen es einfach nur. Hauptsache ist es immer. Also die Waffe war erst eine Weile weg und ist dann wieder in deine Hand reingeploppt, oder was? Ja, ich bin gerannt, weil ich dachte, scheiße, weil ich die Waffe nicht mehr aufheben konnte, gar nichts. Ach, scheiß auf die, ich habe ja noch eine dabei. Hallo? Ja, ich weiß ja, dann rennig, rennig, rennig auf jeden Fall. Also die, was heißt, aufgefloppt, das hat halt kurz geleckt und auf jeden Fall hat ich die Waffe gelegt in der Hand. Ich denke, was? Fuck. Das war schon freckend. Ja, ich glaube, es ist, wir haben wieder ein paar leckere Bugs eingeführt hier. Nur so zum Spaß. Ja, ich bin halt über den Zaun gesprungen. Und dann hat er die Waffe einfach weggelegt, weiß ich nicht mehr. Und ich dann über den Zaun so geklettert. Ich habe mir auch gedacht, what the fuck? Dann renne ich weiter und habe mich dann einfach plötzlich wieder in der Hand. Aber die Munition nicht, soll ich mich verarschen, verdammte Kacke. So, ich näher mich jetzt nur bei Petrovka. Ich werde mal gucken, ob ich dort was zum Abstauben finde. Wie wir schon erwähnt, ist der Schock jetzt auch vor uns. Der hängt allerdings ganz in Cerno rum. Also den heute zu treffen ist unwahrscheinlich. Es sei denn, ich bin noch ein Truck. Mal schauen. Also Handschuhe, also ich bin jetzt wieder bei solchen Werkstallen. Und da habe ich bis jetzt immer Handschuhe gefunden. Und du hast bis jetzt noch gar keine, oder wie? Nee, ich mache die Essen rum. Die Essen finde ich, aber Handschuhe, mangelbar. Ja, Handschuhe habe ich, also ich habe... Ja, hier ist jetzt noch gar nicht viel los. Also gut. Aber Handschuhe gefunden habe ich, also die gibt es auf jeden Fall noch. Ich habe auch welche an. Aber allgemein die Lootverteilung ist gar nicht verkehrt. Also man findet auf jeden Fall Sachen. Ich habe auch schon eine High Cap, das ist die beste. Aha. Ja. Ja, ich habe nichts mehr schlägt. Ich brauche nur noch so einen Haschel. Oh, ich habe einen Cargo Pants gefunden. Mal sehen, vielleicht finde ich ja noch was. Ja, nur ich ja auch jetzt so einen Dings-Punkt geworden, sag es mir. Ähm. Hornpunkt. Was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, ist ein stinknormales Nekid. Das habe ich auch nicht gefunden, da ist schlecht. Ha, Raiders Shacket. Perfekt. Die treffen dich auch nicht mehr so schnell. Ne. Ne, der ist gerade vor mir gestanden und hat zugeschlagen. Aber ich habe keinen Hilfe gefunden. Bitte was? Eine neue Schule. Äh, also ich weiß, dass sie drin ist, aber ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Ja. Ja. Richtig cool, finde ich. Aber mir ist aufgefallen, da liegen nur Rosen. Aber da ist auch so eine Sporthalle dran und so, ne. Eine Sporthalle habe ich nicht. Ich habe die selber noch nicht gesehen. Boah, wir sacken heute, aber, aber ganz ehrlich, seit dem neuen, äh, Update, sacken bei mir ganz böse die FPS ab, ne. Mh, morgen habe ich einen Problem damit. Okay. Bei mir läuft's, bei mir läuft's, weiß ich nicht. Oh. Oh. Ich bin mal R-P-T-Mocker, da bin ich. Hier gibt's auf jeden Fall ein paar LKW-Spots mehr. Angeblich. Angeblich, genau. Aber bis jetzt, äh, ist hier nicht viel los. Du meinst an den Leuten, die da sind? Äh, doch, da ist genug los, aber, äh, nicht in meiner Nähe, jetzt mit, ne, ich mein's jetzt mit Autospots. So. Ja. Amelware. Du, nur Hosen, die Schwester, nur Hosen. Boah, ein Militärzummi hat was drauf. Ja. Hast du dich fest, oder was? Ich hätte mich gesehen. Aber die Winchester ist schon gut, ne. Ja, die Winchester sag ich. Double Riffle. Ja. Ich check auf jeden Fall erst mal die Polizeistation in Novaya-Mitropka. Ja. Ein Auto. Ne, ich check da letztlich hab ich nach dem Auto, sondern eher allgemein mal. Achso, mal gucken. Also in den Polizeistationen, find ich auch Dings diese MP5, oder hab ich MP5 auch gefunden? Ja, hab ich bis jetzt ne Magazine gefunden in den letzten Stationen. Oh, hier ist aber ordentlich was. Brauchst du nen Gorka-Helm? Ne, ich benutze keine Helme. Ich auch nicht. Ich hab' die Sporthalle gefunden. Ich glaub's nicht. Ja, ich hab' den MP5-Mac gefunden. Oh nein. Ich find' ohne Ende Munition, äh, für die AK. Ja, die Fox-Munition, mein Sporthalle. Ja, ja. Ich find' wirklich viele von denen. Die liegt überall rum, äh. Guck mal, das ist doch wirklich... Oh, aber ich... Ich hab' ne PM73 gefunden, immerhin, äh. Nicht schlecht. Was sind jetzt... Irgendwie haben die hier was verändert, das sind die Waffen immer irgendwie unten im Menü. Okay. Dass ich denk's, du kannst, äh, das anordnen, wie du's am besten magst. Also, wenn du zum Beispiel jetzt alles rausziehst, also nix anhast, zum Beispiel mit deinem Rucksack anfängst, und dann deine Jacke hinmachst, ist der Rucksack dann oben, und dann kommt deine Jacke. Okay. Okay. Kannst du das jetzt anordnen, wie du möchtest, also... ...was du am besten halt, als was du gleich sehen willst. Im Prinzip dann so. Okay, gut zu wissen. Da musst du nicht, da musst du nicht von das fragen. Ja, wusste ich nicht. Ich hab' das, äh, das ist halt bei einem Video, äh... Aber bei denen Videos, äh, war irgendwie viel mehr Loot, wie jetzt bei mir, wenn ich zum Beispiel rumrenne, finde ich gar nix. Also hier in der Polizeistation, in Schenaia Petrovka, liegt echt reich, also... ...und ist nicht immermäßig, aber... ...auf jeden Fall liegt hier Loot. Auf jeden Fall nicht. Alles ist schön. Du hast schon mitgekriegt, dass, äh, die Mosin... ...kannst da keinen Long-Race-Scope mehr draufmachen. Nee, da gibt's jetzt irgendwie dieses Hunting-Scope, oder wie das heißt, ne? Ja. Ja, genau, ja. Richtig, ja. Aber das kannst du, glaub' ich, auch nicht... Was hast du? Dass ich ganz im Norden irgendwo am Ende der Karte ist, ein kleiner Weg... ...und da liegt, äh, Loot einen Haufen weiße... ...Militär-Loot halt. Meinst du, so mit kaputten Panzern und LKWs? Ja, ja, das ist ein kaputte Panzer, LKWs, ja, ja, genau. Ja, das ist der Kornwall. Ach, ihr kennt das schon. Ja, sicher noch. Das ist auch dies. Ich weiß, es war jemand schon bei Lotta. Ähm, eher viel. Probieren geht über Studieren, und es war auch schon wieder, äh, ein Server-Neustart. Ja, ich bin gleich in Svetlo-Jahrs gespawnt als Bambi. Ich hab' mich deswegen von Anfang an nördlich orientiert. Ja, gut, du hast dich halt in anderen Sporn. Und... ...kommt dir immer drauf an wie du bist. Auf dem Airfield ist doch ein Brunnen, dann trink doch da was. Wo? Äh... Run, Forrest. Run. 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 bist gefangen ehrlich und und es wird nicht das hat man selber neu er hat mich verfolgt ich habe es nicht wieder offen zu lassen ich mache den Tod der ist tot er warte bis er verschwindet oder kriegt durch oder springt drüber das geht nicht ich hab schon alles versucht ehrlich ja der verschwindet ja gleich und du kriegst mich voll lustig sie ist da liegen nur nur ein Fuß eigentlich von dem dann sie aber mal was du ne Memme du bist Mensch mein Charakter hier ist ne Memme man traur sie doch nicht mal am Zombiefuß vorbei oder was ne irgendwie nicht was treibst du denn da das hört sich an als wir zu den Computer vögeln nein ich vögel hier grad ein Lkw weil da liegt ne Winchester in der Motorhaube drin und ich komm da einfach nicht ran oh man das ist scheiße wird das scheiße hier kein Problem Du hast echt Probleme oder ich lache aber ich lache aber wird so ernsthaft und so machbar alles machbar alles manchmal 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 ab schlau ha schlau 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 Schlau